Willkommen bei der Tierarztpraxis Dr. Wolfgang Haare in Darmstadt-Ahrheilgen. Ihr Tier steht für uns an erster Stelle. Geben Sie Ihrem Liebling die besten Voraussetzungen für eine zeitgemäße und medizinisch hochqualifizierte Versorgung. Um Ihnen und Ihrem Tier einen stressfreien Aufenthalt zu ermöglichen, bieten wir ausschließlich Terminsprechstunden wie auch kurzfristige Termine an. So ersparen wir Ihnen unnötig langes Warten und ein volles Wartezimmer. Profitieren Sie von guten Behandlungs- und Diagnosemöglichkeiten und kontaktieren Sie uns gerne.